Willkommen zur kleinen Aufnahme hier von Minecraft. Ja, ich spiele hier mit dem Felix, auf unseren kleinen Server hier. Das ist unser kleines Projekt, was wir hier jetzt in den nächsten paar Tagen, Wochen oder wie lange auch immer spielen. Jetzt sag du noch ein paar Worte, Felix. Ja, wir spielen hier zu dritt. Der dritte ist noch nicht zu hören, ist ja klar. Irgendwie gibt es immer Probleme. Aber das sollte schon werden, ne? Hoffe ich. Oder? Ja, denke ich schon. Also das Server läuft auf meinem PC, weil, ja, wahrscheinlich das stärkste ist, oder? Ja, denke ich schon. Also gegen meinen hast du keine Chance. Ja, ich spiele hier mit 30 FPS, das ist scheiße. Ich? Ähm, ich spiele mit 42. Ja, ich habe ja den Shader drin, der macht es wahrscheinlich. Ähm, ja, was? Wie beginnen wir denn mal? Wir holen Holz. Übrigens, wir haben die Maschinname Mod drauf. Die habe ich den beiden noch nicht erklärt. Die werden das schon irgendwie noch mitbekommen. Genau. Und Tree Assist haben wir drauf. Das heißt, wir schlagen einen Baum ab. Und er pflanzt sich automatisch nach. Hopp. Sollte ich mal sagen. Ja. Im Hintergrund könnt ihr zumindest bei mir, ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, falls es Fragen geben sollte. Und bevor die kommen, schalt erstens mal immer in die Videobeschreibung. Beim Yannick und auch bei mir, ne? Solltet ihr immer machen. Da steht immer alles Wichtige drin. Und die Musik, die bei mir im Hintergrund läuft, ist von Casted Beats bei Payfield Music, Kevin MacLeod, Jimmy und, ja, was war es eigentlich? Ich würde sagen, ich würde sagen, wir schwimmen mal auf die andere Insel hier rüber, denn die ist nämlich hier ziemlich klein. Die gefällt mir am besten. Hier die. Ja, ich finde das noch nicht so schön, wir haben ja kaum Holz oder so. Geh mal, schau mal auf die andere. Ich habe genug Holz. Ja, wo hast du denn das Holz? Ja. Vom Baum. Das ist so schön ruhig hier. Ja, aber können wir bitte mal 13 nochmal rüber? Na ja, gut, dann gehen wir halt da hin. Ja, so wie ich das will. YOLO! Übrigens, wir drei nehmen gerade nur eine Folge auf, weil ich dann Termin habe. Ja, und ich nicht. Ach, ich glaube, der Aue-Fan hier, der wie auch, oder der heißt Aue-Fan 5-6-9-9, dann nehme ich, glaube ich, doch nicht auf. Ich glaube auch nicht. Ich hoffe, da kann in der nächsten Folge Regen, äh, Regen, ja, Regen. Ja, Regen. Ja, Regen. Ja, Regen. Morgens sind Zeugnisse. Oh, oh. Dann probiert sich auch Gott hoch, die Band Bastier hat schon geschafft. Pixel 4, was Pixelpiker Polka-Foster. Oh, die Musik bei mir so Hammer. Oh, ich will doch nur hoch. So ist das ein Chunkfehler hier, das sieht aus, wie Alpha Map. Ja, irgendwie dachte ich mir das auch vorhin, weil, ich glaube, so sind die, na. Wir brauchen Eisenblöcke, Kisten, Öfen und Holz. Da passen wir, ja. Ja, wir hatten, ich bin hier am Wald und holt Bäume. Bis dem Wald und Holzbäume. Seht ihr hier? Nachgewachsen. Ich hab noch keine Axt. Ich hab noch keine Axt. Probiert. Also wundert euch nicht, wir haben nichts gemacht, außer eine Axt hier. Warum geht das nicht? Ach, den muss ich aus dem Axt. Ich glaube, ich bin dumm. Ach. Ich bin doof. Ja, ich bin doof. Ja, ich. Ja, wirklich. Hä? Hallo? Ich sollte mich nicht selbst drunter machen. Hm. Ja, geht irgendwie was nicht, aber egal. Was geht nicht? Bei mir wird der Baum nicht abgefiltert. Der geht. Nur der Fette da geht nicht. Ja, baut denn hier Erdblöcke hin, ist doch mal. Ich glaub, der passt hier, oder? Pasti. Der kann uns nicht hören. Ach so. Oh, ich bin auch dumm. Ich mach hier die Stecke. Ähm, ich will mal den Axt machen. Bau die Stecke dorthin, wo das Holz hin muss. Und das Holz dort, wo die Stecke. Ach, Mann. So. Jetzt hab ich noch Holzachs. Das ist schon mal ein guter Anfang. Das sind die beiden. Passt auf, für meine Zuschauer, die es noch nicht gesehen haben. Ähm, wenn ihr jetzt unten einen Daumen abfällt, seht ihr dann, ähm, sieht das jetzt etwas so aus. Da kommt dann gleich alles runter. Und der Baum pflanzt sich sogar automatisch nochmal nach. Ja, genau. Hier sind total viele Schafe. Boah. Also wir müssen sagen, es macht mehr Spaß zu zweit, ne? Muss man mal ehrlich sagen, oder? Oder, ja, oder zu dritt, besser gesagt. Ja, der eine kann auch nicht reden, deshalb sag ich mal zwei. Ja, das ist schüchtern. Das ist schüchtern, er macht doch eigene Let's Place. Weiß. Ne, du da. Könnt ihr ja auch seinen Kanal noch schauen, wenn ihr unbedingt... Ja, hallo. Hallo. Hab ich jetzt, hab ich jetzt eigentlich einen Skin für dich? Äh, nö. Er hat eigentlich einen. Irgendwie geht das nicht bei ihm. Oh, jetzt bin ich von meiner Werkbank weg. Ich muss mal zu meiner Werkbank. Du, 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 du. Ich muss auch mal kurz was einstellen hier an den Options. Yo, an den Options, Broke. Legt es. Ähm, was hatte ich denn, was hatte ich denn eingestellt? Grafikeinstellung, ähm... Oh, ich hab einen Platz gefunden, wo wir ein Haus entbauen können. Genau, hier unter dem Felsen. Ah, perfekter Platz. Für euch den Shader hier drin. So, jetzt darf das nicht mal ganz hinterlegen. Ach, ich wollte ja zu meiner Werkbank, die nehme ich mal besser wieder mit. So, ähm, können wir mal bitte warten? Ich renne ja bloß blöd rum. Ich hab auch schon einen Platz, wo wir unser Haus entbauen könnten. Okay. Ich weiß nicht, ob du das sehen kannst. Ne, ich seh... Äh, warte mal. Ich seh ich dich. Nein, ich hab jetzt die... Ich hab jetzt die Render Distanz nicht ganz so hoch eingestellt. Ja. Nein. Ich hab sie auf normal eingestellt, also... Bei mir ist die bei... Wo? Oh. Normal plus 64. Bei mir ist sie auf 32, glaub ich. Oh, ne Shader Mod könnte ich jetzt bis zum Ende hin machen, aber... Ich will den Shader haben. Ähm, ja, wo bauen wir jetzt das Haus hin? Da hinten bei den fetten Felsen, Moment, folge mir. Da hinten bei den fetten Felsen, ich seh ihn. Achso, du siehst ihn. Den meinst du doch so vorn? Ja, der fette da. Der so komisch in der Luft hängt. Ja, ähm, wie sieht denn das aus? Ich hab Hunger, nein. Nein. Du kennst doch die Minecraft genau hier oben. Aha, stimmt, hast recht. Bist du, da bist du. Ähm, okay, der hat viel zuerst auch Hunger. Hier haben wir einen. Nein, da mach mal ne Farm. Das ist doch noch ein Küken, wo kommt das denn her? Ähm, ja klar. Ich hab ein Ei geworfen und da kommt ein Küken raus. Bede, die drüben sind drei Creeper, zwei Creeper und ein Skelett. Äh, will ich sie hochgehen lassen? Mach ich schon. Ne, bin ich. Nein. Mach dich doch weg. Ich hätte fast die Hälfte von meinem Leben verloren. Ach, brenne. 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 Ja, wir bauen hier. Okay. Ey, ich schreit mal kurz, Asti. Hier kommt unser Haus. Oh yeah. So. Ich verhungere. Ja, toll. Ich verhungere. Da kommt er mal. Ah, da. Wo ist denn das Hühnchen hin? Das ist ein Küken. Das macht eh nichts. Es bringt nichts. Das ist mein Küken. Hier war ein Küken. Ja. Ja, ich hab's gerettet. Ne, ich glaub ihr habt's in die Luft gespringt. Ne, das war nicht ganz so weit dort. Ah, dorthin ist jemand. Ja, das ist ihre Mutter. Beschützt. Ich beschützt das Hühnchen. Komm schnell, bevor die sich töten. Hallo? Basti. Hier ist eins. Wenn da jetzt mein Hühnchen angreift. Ich glaub ich, ich glaub ich kick den. Hallo? Nicht da reinmachen. Nein. Ach, guck. Was ist der denn? Der hat solche Blubberbläschen. So, sollte man endlich mal anfangen, ne? Wir sind ja bloß dumm rumgelaufen. Ja, bis jetzt. Ähm. Kommen wir mal zu dem Berg. Oder zu dem Brocken. Zu dem Brocken. Ja, zu dem Brocken. Ja, zu dem Brocken. Wacken? Nee, ich weiß nicht was das ist. Ähm, kommt ihr? Ja, oh, du bist ja genau hinter mir. Kommt der Basti? Nein, da war ich ja nicht. Wo kommt ihr hinmachen? Ähm, würde ich sagen, hier oder was? Oh, da hinten sind noch mehr Monster. Was ist denn hier los? Das ist ja Nacht, ne? Oh, Mist. Ich verhungere. Ich hab ne Werkbank. Was ist bloß dunkel? Hier, hast du? Nee, ich hab auch einen. Keine mehr bauen. Oh, ich verhungere auch. Zu spät. Brauchen wir was zu essen. Das war gut. Ich glaub jeder bräuchte etwas. Glück auf. Wann baust du jetzt eigentlich ne Werk? Weil schon einer hat. Verhungerst, oder? Hm, hm. Ist auch egal. Nein. Ähm, jetzt wird's Nacht. Kannst du bitte wieder zu Tag einstellen? Äh, das zählt so entschieden. Egal, ähm, hier, ich baue hier schon mal Holz hin, also. Ja, ich mine schon mal. Was machst du? Hat nichts besseres zu tun. Was machst du? Ich mine. Hat jemand, äh, ne Fackel für mich? Ne, ich hab ja nicht mal Kohle, also. Was ist das denn? Hm. Ähm. Mach dir? Was soll das denn hier? Oh, ja Gott. Was denn mal? Was macht denn Basti da? Ein Erdhaus? Warum auch nicht. Da macht dich wirklich ein Erdhaus auch. Ich brauche. Ich brauche Kohle. Kohle, 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 Kohle. Ach, du denn für eine Spitzsacke? Ich habe einen Herd hier stehen. Das ist gut. Oh, das Texture Pack ist echt Hammer. Das Gemma. Das ist Gemma. Du hast was in den Ofen? Ah, jetzt schön, hey, gut. Ja, ich möchte eine Fackel. Ich baue mal das Haus hier weiter. Ja, ich, ich baue dann mein eigenes, sie da hat ein eigenes. Nein. Och. Warum baust du dann dein Ofen in mein Haus? Also, das jetzt mal so sagen darf. Schenke ich dir. Ah, du bist doch lieb. Ah, ja, ich habe da nämlich gleich zum Mod drauf. Jawoll, es geht. Was hast du drauf? 60 FPS, das ist, das ist cool. Wo hast du, dass du den Mod drauf hast? Dann war ich den ja für Slender drauf gemacht, ne? Ach so. Wenn ich eine Fackel in der Hand habe, dann leuchtet das. Bei mir nicht, oder? Ne, du hast die ja nicht drauf. Du könntest sie aber für Singleplayer. Ah, Höhle Hilfe. Das mache ich dann nicht. Das lasse ich an Niveau. Ah, was? Ah, was? Ah, was? Ah, Höhle? Was? Ah, ich glaube, er meint das so. Ah, Höhle! Ach so. Ich wollte schon sagen. Ah, Höhle. Ah, Höhle. Ah, Höhle. Ich habe vorhin einen Erfolg bekommen. Ah, Höhle. Ah, Höhle. Ah, Höhle. Ah, Höhle. Ähm, jetzt kriege ich, jetzt brauche ich auch mal was zu essen. Ich habe nichts. Sorry. Und hier sind überall Skelette. Ich frage mal Basti. Oh. Ja, der heimt sich bestimmt alles ein. Was? Steht er da. Das sieht er irgendwie schön. Ich brauche ich mal Licht. So. Hast du mal was zu essen? Was? Die hat sicher eine Höhle. Nein. Ausrufezeichen. Ich glaube das heißt nein. Hey, nicht solche Wörter, Junge. Oh, fast gest... Hä? Nicht solche Wörter. Nein, Skelett. Nein, Skelett. Oh, ich sterbe. Ich habe das vorgelesen, was Basti gesagt hat, äh, geschrieben hat. Ich weiß, er soll ja nicht solche Wörter schreiben. Ich komme mal in eure Höhle. Ich sterbe sonst. Ja, bitte schnell. Ich sterbe nämlich auch gleich. Mist. Oh nein. Ah, Skelett. Ich sterbe. Ich auch gleich. Komm rein. Oh, was machst du? Baul, mach ich hier. Ich habe eine Werkbank. Ich habe eine Werkbank. Ich habe eins, Junge. So, da bleibt draußen. Wir sind ja drin. Hier eine Werkbank. So. Ich habe Stecke, äh, ich habe Stecke, wenn du hier Stecke brauchst. Ich brauche mal, ähm, ne Schau... Ah, Moment. Nichts aufmachen. Drinbleiben. Auf keinen Fall reinkommen. Auf keinen Fall reinkommen. Mach zu. Basti, mach das Ding zu. Hat er zugemacht. Ja, hat zugemacht. Ich habe zugemacht. Ich habe was zu essen. Aber wie hieß denn die Regel? Hieß sie so? Keep Inventory. Keep Inventory. Ups. Ich muss... Ich wollte gar nicht den Modus umstellen. Ähm. Wie hieß die denn? Wie hieß denn die Game Rule? Keine Ahnung. Entschuldigung. Ich... Weiß nicht wie das hieß. Ich schau gerade, äh, im Internet. Wundert euch nicht. Wie hieß die denn? Keep Inventory irgendwie so. Game Rule... Ja, Keep Inventory. Ich habe es bloß falsch geschrieben. Moment. Slash Game Rule. Keep Inventory... In... 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 To... Nein. Ah, gut. Weiter geht's. Was hast du gemacht? Jetzt... Können wir keine Items mehr verlieren, wenn wir sterben. Ach, gut. Äh... Könnten wir vielleicht mal rausgehen. Ich... Fühle mich ein bisschen... Hallo. Dankeschön. Bist du gestorben? Du hast mich umgebracht. Ja, ich wollte gerade... Ich wollte gerade... Abbauen. Ah, toll. Ich bin wieder auf der Insel. Hier ist ein Baum gewachsen. Den nehme ich mit. Ähm, Felix. Ich glaube, ich bringe mich erstmal selbst um, dass ich bei dir bin. Nee. Na... Ja, aber das bringt doch nichts, wenn ich jetzt mit Bastian allein bin. Warte, ich komme erstmal zu dir. Äh... Oh, falsch rum. Mist. Warte, halte durch. So. Na? Oh, wie kommst du auf einmal her? Ach so, teleporten. Das dürfen wir machen, ne? Keine Angst, das dürfen wir. Ja, ich würde gerne hier in den Kreativen oder mir schnell was zu essen essen. Nein, nein. Wie komm ich jetzt wieder hier hoch? Pff, keine Ahnung. Wasti hat nur noch ein halbes Herz. Ah, wenn sie denken. Wenn sie denkt. Äh, wenn er denkt. Wenn sie denkt, ja genau. Ja, ja. Cool, wo? Hier. Warte. Bei mir ist dann nichts. Dann teleport dich zu mir. Ach so, oh, ich war ja, ich dachte du wärst der. Ach so, ja gut, gut. Sorry. Sorry, sorry, sorry. Oh, cool. Oh, Felix, da kommt man wieder raus. Hier? Und dann kommt ja wieder raus. Oh, ich sleckt, es leckt, es leckt. Bei mir nicht. Oh mein Gott, was ist hier? Oh, ey, das sieht, das sieht man, da mache ich gleich mal Licht. Licht? Ja, okay, mach Licht. Aber nicht irgendwie an... Ich muss dann zur Probe. Ja, ähm, okay, ich mache auch noch mal kurz ein Screenshot. Oh, das ist ein Screenshot. Mach du auch ein Screenshot? Ja, mach du auch ein Screenshot? Mach du auch ein Screenshot? Ja, mach du auch ein Screenshot? Mach du auch ein Screenshot? So, hab ich ein Screenshot gemacht. Ähm, hab ich ernsthaft? Nein, ich hab nicht meine... Oh, ich hab was vergessen unten. Meine Kohle. Das ist alles meine Kohle. Da hinten ist einer. So. Wo wir vorhin eingespart waren, ja. Ja, toll, ich hab extra gesagt, da will ich eigentlich nicht mehr hin. Also, äh, doch. Ja, hier leckt es grad so extrem, das geht gar nicht. Warum? Ich weiß auch nicht, dass... Na, wenn's leckt, dann würde ich sagen, wir ändern wir dann mal die Folge, ne? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. So dass ich noch alles abstürzt. Ach, das passt schon. Ich komme nur noch schnell zu euch. Ich muss dann sowieso gleich fort. Weiß. Aber ich muss trotzdem erst mal hier in den Händen noch mal. Hier ist auch noch Eisen, also... Oh, hier ist noch viel Eisen. Hier, ähm, bleiben wir erst mal hier, oder was? In der nächsten Folge, wenn's Tag wird, mache ich hier weg. Was ihr macht, ist mir da egal. Oh, eiskalt. Ja. Hallo. Ich bin, ich bin doch kein Höhlenmensch. Ja, mach. Ah, da werde ich mir nicht... Ich sterbe gleich. Ja, viel Spaß. Kohle. Kohle. Noch mehr Kohle. Noch mehr Kohle. So, ich würde sagen, bevor ich hier die ganze Kohle abforme, ähm, beenden wir die Folge. Ähm, oder Felix? Hallo? Felix? Ja? Ich hab gerade gefragt, ähm, bevor ich hier alles jetzt, die ganze Kohle mitnehme hier, ähm, beenden wir die Folge. Ja, warte, ich höre bloß noch einen Basti wieder. Okay. Glaub ich auch mal meinen Spawnpunkt hier, ist das schlimm? Ja, ja, nö. Ähm, T-Spawn-Point. So. Mein Spawn-Point ist jetzt hier. Und? Hast du ihn zu dir geholt? Ja, ich bin ein Level aufgestiegen. Das ist seine Pflicht. Ich dachte, du hättest, äh, eingestellt, dass wir hier die Items bekommen. Ja. Er meine wahrscheinlich die Level, ja. Ach so. Ist jetzt auch nicht so wild, wir haben eh noch keine Dings, Zaubertusche. So, beenden wir hier die Folge jetzt, oder wie sieht's aus? Äh, ja, können wir machen. Die doofe Pflege sitzt mir auf der Hand. Reisen kann ich ja noch nicht abwollen, genau. Ja. So, ähm, sorry, dass ich hier gerade ein bisschen ruckel. Ging jetzt nicht anders. Ähm, Felix, kommst du mal bitte her? Ja. Ben, wir wollen die Folge jetzt hier beenden. Ja, beenden die Folge, schreib's mal in Chat. Ja. Ja. Wir beenden die Folge. Na, jetzt haben wir's beide geschrieben. Egal. Warum ist da auf einmal schwarz, der Basti? Hä? Bei mir ist da nicht schwarz. Nicht? Bei mir ist da schwarz. Oh, der Basti lässt das ganze Wasser hier rein. Ich kann das auch. Egal, ähm, Felix, wir wollten die Folge beenden. Ja. Hallo. Ja, ähm, wir beenden nun die Folge wirklich. Die Folge. Ähm, ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ähm. Wieder. Ja, hab ich doch gesagt. Ja, die Folge hat ja ein bisschen Überlänge gehabt, ne? Ja. Aber das freut euch doch, wenn's jemand anschaut. Ja, wenn's jemand anschaut. Egal. Ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.